Liebe Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Airsturnier mit dem unwiderstehlichen X-Striker. Wo bist du? In der Base? Nein. Nein? Ich bin hier was am Suchen. Du suchst was? Eier oder was? Auf. Hast du welche gefunden? Dann gibt es Spiegeleit zum Frühstück. Leider nicht. Was eigentlich auch ein gutes Update wäre für das Spiel, wenn man mal auch Essen machen müsste, suchen, keine Ahnung. Tiere gibt es ja irgendwie noch keine, vielleicht kommen die auch nicht, ich weiß es nicht. Wäre aber ein nettes Gimmick, sagen wir es mal so. Oh, ich sehe jetzt meinen toten Körper, da hinten liegt er. Das heißt, hast du irgendwas schon installiert hier bei uns? Dann kann ich nämlich alles wegschmeißen hier. Ich habe nämlich ziemlich viel mitgebracht. Ich habe keinen Harz, habe ich ja gesagt. Ich habe auch nichts gefunden, aber ich habe Alu gefunden. Ratsch mal, dann schmeiß ich das erstmal alles hier hin. Das ist nämlich viel. Ich habe Aluminium sehr viel, drei Stücke. Dann habe ich Kupfererz, habe ich drei Stücke. Und Sauerstoff nehme ich mal mit. Moment, ich gucke mal nach. Guck mal, hier ist doch Harz, meine ich. Wo das denn? Hier. Zack. Siehst du, der Meister muss erstmal kommen, damit er hier Harz findet. Du bist ja auch der Harz-IV-Meister. Auf jeden Fall. Harz IV? Ich versuche meinen toten Körper zu bergen aus der letzten Folge. Das ist Sauerstoff und nicht Harz, was du da aufsammelst, Mann. Doch, hier vorne, den Rest habe ich ja schon eingesammelt. So. Komm, habe ich. Ja, drei Stück brauchen wir. Hast du auch. Das ist nice. Ja. Können wir die Schmelze bauen? Ich finde das ein bisschen blöd, dass der Rucksack immer so riesig auf einmal ist. Dann ist er direkt so vor dem Gesicht. Hä? Das kann ich nicht platzieren. Ah, jetzt. Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht. Das stimmt. Dann muss man immer so ein bisschen rauszoomen erstmal, bis das überhaupt funktionierte. So, was brauchst du noch? So, jetzt baue ich erstmal. Gemisch brauchen wir jetzt ohne Ende. Was brauchen wir denn am wichtigsten, damit wir mal die Fahrzeuge bauen? Ja, Schmelze brauchst du. Danach kannst du Fahrzeuge bauen. Okay, was brauchen wir dafür? Gemisch. Ja, kriegst du hin. Dann laufe ich mal kurz zu meinem allen Körper da. Den habe ich gerade gesehen. Hat der gerade noch angezeigt, wo ich tot bin? Bah, guck mal, da hinten war ich. Ach, du Scheiße. Wo? Oh mein Gott, da hinten beim Berg. Wo ich jetzt gerade hinlaufe in die Richtung. Oh mein Gott. Ist ja ganz anders. Hä? Ich war ganz links, du warst ganz rechts. Ist komisch, ey. Ja, ich sag ja, ich hab mich voll krass verlaufen, ey. Wir hätten uns eh nie wiedergefunden. Scheiße, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffe bis dahin. Ohne Leitung, ey. Na, das probiere ich mal. Probieren geht über studieren. Richtig. So, aber hier ist auch voll der übelste Krater gewesen, ey. Das überspringe ich erstmal. Was ist das denn hier? Was ist das? Krass, was ist das denn für ein Riesenteil an Luft? Wow. So, Sauerstoff brauche ich auch ziemlich viel. Wo ist mein Körper, ey? Ich hab den doch gerade irgendwo gesehen. Der wurde mir doch gerade noch angezeigt. Jetzt nicht mehr, oder was? Trotz Sonne keine Energie. Das ist natürlich richtig late. Nö. Hier gibt's auch irgendwie kein Wasser, ne? Im Spiel. Nicht wirklich, ne? Oder wir haben einfach Planeten ohne Wasser. Da frage ich mich natürlich, wie das ganze Zeug dann wächst. Nice, hier bin ich, Alter. Ich war, oh Mann, ich war doch... Oh Gott, ich hätte einfach noch rauslaufen müssen. Oh mein Gott, ich hab meinen toten Körper gefunden. Wie läppsch. So, dann kann ich das Zeug nämlich mitnehmen jetzt. Nice, hab ich also noch mehr Malachit. Ey, dreh dich doch um, Kollege. So, Laterit. Ach, das ist aber ein bisschen fummelig mit dem draufmachen auf dem Rucksack, wenn man auf einem anderen Rucksack drauf, äh, wegnimmt. Ja, stimmt. Ach komm, was ist denn hier los? So, geil. Ich hab alles, alles mit, was ich hatte. Nieße. Boah, Alter. Nein, ich bin schon wieder tot, das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein, Alter. Nein, da kamen wieder diese blöden Zacken aus den Dingern raus. Ich hab doch aufgepasst. Oh, nee, Alter, ey, das kann's doch nicht sein. Speicher direkt, wenn du in der Base bist. Dann speicher ich eben, lauf ich nochmal dahin, ey. Oh, wie mies, ey. Was brauchen wir denn, letztendlich? Ich such jetzt Gemisch, das brauchen wir. Ach, Gemisch, das kriegst du schon alleine hin, denke ich mal. Dann geh ich von aus, ja. Hier vorne ist doch Gemisch, wo ich bin, guck mal. Wo ich hier bin, wo ich mich gerade befinde. Dann mach ich das eben. Wir sind überall Höhlen. Guck dir das an, wie tief die sind, da, wo ich bin. Boah. Da reinfällst du, das ist nicht feierlich. So, ich hab genug Gemisch jetzt. Brauchen wir als nächstes. Ja, erstmal nur Gemisch, hätte ich gesagt. Weiß gar nicht. So, das wäre cool, wenn wir uns diesen Propeller machen können. Ja, da brauchst du ja Alu für, das können wir ja gleich auch. Oder kann ich das einfach... Ach nee, das müssen wir erstmal schmerzen, ne? Äh, schmerzen. Schmerzen. Verschmerzen kannst du das, ja. Schmerzen. Schmelzen, meine ich natürlich. So. Ah, nice. Und jetzt? Jetzt musst du dem Ding ja auch Energie geben. Also ich tue meine Solarzelle da drauf. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Ich gehe kaputt. Wir haben so ein Pech, ne? Ja, komm, ich mach einfach noch ein paar Solarzellen. Ja, bringt nichts. Wir brauchen hier... Ich hab Aluminium dabei. Ich baue da jetzt Dings draus. Hier so ein... Wie heißt das? So ein... So ein Windfahne mache ich. Bringt ja sonst nichts. Ja, da tät ich auch gerne. So, ich mach jetzt noch ein paar Solarzellen. Dann können wir die noch auf andere Geräte drauf tun. Nicht so late. Nicht so knapp. Boah, mit Solarläuter natürlich sau schnell auf, ne? Wenn da zwei Dinger sind. Das Ding für Wind dreht sich doch. Da kommt doch gar keine Sonne, Mann. Ja, nicht. Ist doch ein bisschen... Ja, geht so. Guck mal, die Wolken doch. Ein bisschen Sonne muss irgendwo herkommen. So, ich baue noch so ein Ding. Noch so eine Windfahne. Eine für unseren Rucksack wäre auch nicht schlecht. So. Diese links und rechts, die Sachen, die sind ja quasi, um das Ding einfach aufzuladen oder was? Oder können wir da irgendwas anderes drauf tun? Ne, ne? Ja, ist ja zum Laden. Energie halt, ne? Ja gut, dann können wir... Also könntest du da auch theoretischerweise da Energie drauf tun. Also ist das okay, wenn wir zwei Windfahnen und zwei Solardinger drauf tun? Ja, du kannst da natürlich auch Energie drauf tun. Generator und dann Energie drauf. Oder nur Energie, dann lädt das auf. Hm. So, dann schmelzen wir das ganze Zeug mal. Nimm das ruhig mit und baue dir da so ein Ding drauf. Wo liegt das Zeug denn? Oben. Eine Solarzelle muss da weg, weil das ist ja auch Lagerplatz, ne? Ruhig wieder auf meinen Rucksack. Hä, hat das jetzt nur ein, 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 äh, Aluminium? Anscheinend ja, weil kein Platz frei war. Jetzt haben wir ein Aluminium-Ding verschwendet, sowieso auch sieht. Ach so, wir können also immer nur eins machen, oder? Ne, aber da war kein Platz frei, deswegen habe ich ja jetzt so ein Solarding weggenommen. Ja, toll, jetzt habe ich noch ein Solar. Kannst du vielleicht irgendwas bauen, wo wir das Solar noch drauf tun können? Weil ich habe hier ein Solar zu viel. Äh, ein Solar sage ich schon, ich habe hier mehrere Dinger. Ja, hast du hart? Ich habe hier ganz viele Solar. Baue ich jetzt ab. Ich habe hier so viele Solardinger gerade gemacht vorhin. So, Hartz IV. Habe ich doch irgendwo hier vorne abgebaut, in der Nähe. Das war, glaube ich, hier vorne. Aber ich kann natürlich auch die Dinge hier aufmachen. Guck mal. Da haben wir jetzt nämlich Aluminium nochmal drin. Und Treibstoff. Kreis, nice. Malachite können wir auch schmelzen, eben. Harz, wo bist du? So, Harz habe ich jetzt wieder zwei Stück. Fast. Drei Stück brauchen wir ja, ne? Ich versuche jetzt noch ein bisschen abzubauen. So, ich habe... Ach, ich habe nur ein Harz. Was soll das denn? Hä? Verdammt, warum habe ich nur ein Harz? Okay, da ist nichts mehr. Bringt nichts mehr weiter zu graben. Mist. Da muss ich noch ein bisschen gucken, wo wir noch Harz finden. Oh, jetzt ist auch Windstill. Jetzt lädt gar nichts mehr hier. Ja, sehe ich. Könnte man natürlich einen Generator gebrauchen, ne? Der braucht Kupfer. Ich baue einen Generator. Damit kann man auch aufladen. Was ist denn hier vorne? Was ist das denn? Warum leuchtet das so? Einsammeln. Ach, hier. Hä? Guck mal, der hat markiert mir sogar, wo Harz ist. Hä? Wie ist das denn? Der hat mir gerade markiert. Der ist so ein Kreis drumherum. Der hat mir gezeigt, wo Harz ist. Was ist das denn? Hä? Vielleicht das neue Update. Da vorne ist auch nochmal Harz. Also wenn wir Harz brauchen, kannst du gerne hierher kommen. Dann machen wir direkt ein paar Maschinen. Warte, ich lade eben auf. Ich saue auch noch eine Höhle. Da waren wir ja schon drin. Heftig. So, ich habe jetzt Harz. Vier Stück. Ich versuche noch eins mitzunehmen. Mehr Platz habe ich nicht. Was ist das denn? Was habe ich denn da für ein Gerät? Hä? Was ist das denn? Ich habe irgendeinen Aufsatz. Hydrazin, hä? Ach, das Treibstoff hier. Ich sammle schon Hydrazin auf. Ich sehe gar nicht, wo du bist. Wie soll ich denn folgen, Mann? Echt? Siehst du das nicht? Ich sehe dich. Bei mir ist so ein Männchen drauf. Bei mir sehe ich dich schon gar nicht mehr. Oh, merkwürdig. Hm. Oh, ich bin am Sticken. Verdammt. Oh nein. Komm, komm, komm. Da vorne ist doch die Leitung. Komm, Junge. Das habe ich gar nicht gesehen, ey. Ich bin so blind. Nein, ich bin tot. Ich bin erstickt, ey. Ich bin so blöd, ey. Ich habe das gar nicht gecheckt, ey. Oh, Mann, ey. Ich bin so blöd, ey. Manchmal echt sind. Das ist echt dumm von mir, ey. Ich achte manchmal auf so Sachen gar nicht. Ich baue ab und mache dies, mache jenes. Sondern merke ich, ups, ich habe ja gar keinen Sauerstoff. Hast du ein Harz da jetzt wirklich gefunden habt? Dann komme ich mit. Ja, ich habe hier Harz. Ich muss nur hier aufsammeln, ne? Tante. Treibstoff habe ich da auch sogar mitgenommen. Hä? So. Hä? Was soll das denn? So. Guck mal, Harz habe ich jetzt vier Stück. Hier vorne in der Wand war Harz. Genau da. Da habe ich nämlich auch abgebaut vorhin. Guck mal, ich habe jetzt genug. Ich habe jetzt fünf Harz oder sowas. Irgendwie so was. Ja, reicht. Bei mir hat er keins vollbekommen, Sir Leif. Nee, ist so schlimm. Die Sonne ist wieder schön aufgegangen. Das ist nice. Schöner Planet auf jeden Fall. Ziemlich grün. Oh, ja. Da habe ich schon anderes gesehen teilweise. So. Was brauchen wir jetzt? Ach, hier brauchen wir Harz. Okay. So. Harz platzieren wir mal da drauf. So. Jetzt können wir eigentlich die Fahrzeugfabrik bauen, nicht gesagt. Ja, wir können erstmal die Fahnen drauf tun. Äh, die Fahnen, die... Brauchen wir Aluminium für. Das ist ja lebsch. Ja. Aluminium haben wir aber keine zwei mehr. Das ist ja noch lebscher jetzt. Ja, dann will ich mal gucken, ob ich das finde. Ich muss den Scheiß wieder runterschmeißen. Ja, Mist. Wir haben so viel Mist hier. Kupfererz kann sich beschmelzen. Ja, kann doch nicht sagen, dass wir kein Aluminium haben. Das ist ja lächerlich. Verbindung, Tank. Was ist denn der Tank hier? Titan. Was war das nochmal? Hast du auch irgendwas erzählt? Oh, war ich nicht mehr Sauerstoff oder so? So, ja. Also brauchen wir jetzt weiter Aluminium. Dann muss ich weiter suchen. Na, na, ja. Dann muss ich mich halt auf den Weg machen. Ich kann natürlich auch die Höhle da absuchen, wo ich vorhin wieder gestorben bin. Da hatte ich ja wieder Aluminium dran. Hier ist übrigens Harz, wo ich gerade herlaufe. Ah, ist das mies. Zweimal gestorben aufgrund dieser blöden Viecher da. Das war schon krass, ey. Ein bisschen läpst, oder? Zweimal in derselben Stelle, muss ich mir mal vorstellen. Obwohl ich wusste, was mich da erwartet. Aber irgendwie... Irgendwie war ich zu blöd, um da irgendwie... Aber jetzt habe ich schon nur noch 50% Sauerstoff. Kann doch schon nichts geben, Alter. Wenn ich hier keinen Sauerstoff finde, sticke ich gleich wieder. Verdammt, da vorne ist doch Sauerstoff. 25%. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Forschung brauchen wir eigentlich auch noch, ne? Boah, wie läppig. Hier ist ja gar kein Sauerstoff. Mist. Ja, Forschung brauchen wir auch. Ich gucke jetzt in der Höhle. Ach, da hinten vorne ist Sauerstoff. Fuck, fuck, fuck. Schneller, komm schon. Ich brauche mehr Sauerstoff. Das ist doch nichts. Guck mal, hier liegen ein paar Sachen rum, Alter. Ich versuche, die schnell einzusammeln und dann komme ich mit... äh, zurück. Ich bin auch gerade in der Höhle und gucke wie ein Dings. Hallo. Boah, nice. Hier ist voll viel Sauerstoff, was noch rumliegt. Solange ich noch nicht diese blöden Dinger zu nahe komme. Okay, ich habe voll alles. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich kann hier versuchen, noch ein bisschen was abzubauen. Aber das ist gefährlich, eh. Das ist sehr gefährlich. Aber diese bösen Kreaturen sind hier. So. Komm, komm, komm. Mach noch einen Ball voll. Mach noch einen Ball voll, Mann. Mach doch noch einen Ball voll, Mann. Ja, nice. Laterit. Kupfer, lass ich dann hier und nimm dann Aluminium mit. Ja, ich brauche auch gerade ein bisschen ab. Wenn das wichtiger ist, dann nehme ich natürlich lieber das mit, ne? So, jetzt muss ich mich aber zurückbegeben, sonst verstecke ich hier, bevor ich ankomme. Scheiße, ich muss mich jetzt so beeilen, ne? Ich muss mich richtig beeilen. Ah, hier, zum Glück habe ich hier Sauerstoff gefunden. Nice. Nice. Okay, jetzt brauche ich keine Sorgen mehr machen. Kann ich mich in Ruhe auf dem Weg nach Hause machen? Ich habe nämlich jetzt sechs Stück von Aluminium mit. Ich habe nur eins. Mehr war da leider nicht. Ja, das Kupfer habe ich jetzt da gelassen, weil wenn du sagst, Aluminium brauchen wir eher. Ja, für dieses Transportfahrzeug brauchst du viermal Aluminium gleich. Ja, siehst du dann. Aber den musst du ja erstmal forschen, das heißt, wir brauchen erstmal eine Forschung. Das ist auch der Abschieds. Puh, tja. Das ist natürlich eine gute Frage, wie wir das jetzt machen. Bei Forschung haben wir... Mit dem Auto kannst du aber eh nicht in die Höhle fahren, hätte ich gesagt. Doch, ich denke mal schon. Je nachdem, wenn das so ein kleines Fahrzeug ist, kriegen wir das, denke ich mal hin. Am besten brauchen wir aber irgendwie so ein Lager oder sowas. Das müssen wir nochmal bauen. Ja, du musst erst mal forschen. Ach ja, stimmt. Oh Mann, das erleb ich. Dann musst du Drucker bauen, bla bla bla. Stimmt, ey. Wir waren ja richtig weit, ey. Verdammt. So, ich will jetzt ungern alles hier auf den Boden schmeißen. So, was brauchen wir? Wo tue ich das hin? Warte, ich schmelze mal eben. Muss ich das hier schmelzen erstmal? Ja, aber das kannst du, glaube ich, vergessen, weil kein Wind, nix, ey. Ah, ich sehe es gerade. Aber man kann doch theoretischerweise vier Sachen da voll machen. Guck mal, ich kann das doch jetzt vier Sachen voll machen und dann kann ich doch hoffen, das jetzt mal... Hä, wieso hat das denn einen Solaran weg? Darum, da muss ein Platz frei bleiben, Mann. Warum? Das ist Lagerplatz fürs Schmelzen, wenn das nachher freigegeben wird. Hätte ich jetzt gesagt. Du kannst hier aber auch aufladen, indem du hier so einen Generator dahin tust und dann dieses Biotop reinschmeißt. Ja, wenn wir natürlich dieses gelbe Zeug finden, da hinten sehe ich nämlich was, dann hole ich das eben. Dann machen wir das. Machen wir das. Guck mal, hier ist doch Forschung irgendwas, oder? Na, hier ist eine Kugel. Hier. Hä, wo ist denn das ganze Alu-Its? Guck mal, hier habe ich eine Forschung. Ja, wir haben keine Forschungsstation. Ich schmeiß das mal hier hin. Zack. Dann hole ich eben das gelbe Zeug, die Energie. Oh, ich habe hier gesehen, da hinten. Warum können wir keine Fahrzeugbrucht bauen? Vielleicht müssen wir das erforschen erst. I don't know. Nee. Ich hole das mal Energy. Ah, jetzt haben wir die Fahrzeugbrucht. Geht doch. So, Energy. Komm, 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 komm. Nice. Fast drei Bälle. Drei Wabenteile haben wir fast voll gemacht mit Energy. Jetzt brauchen wir wieder Harz. Jetzt müsste ja nur noch ein paar rumliegen. Ich hoffe doch. So, wo brauchen wir Energie? Hier. Bei der Schmelze. Einfach auf den Generator da oben drauf. Du hast einen Generator gebaut? Ja. Kann ich da drauflegen? Nein, da kommt auch dieses Biotop drauf oder wie das Zeug heißt. Das Grünzeug hier. Er ist so hart. Hier. Guck mal, er ist vollgeladen. Komm, nimm schnell das Eisen hier weg. Ey, was, wenn das geschmolzen wird. Ey, das Aluminium. Siehst du, das Lagerplatz. Ich merke es gerade, Alter. Toll, das hat er... Ach, hier oben hängt doch noch eins, oder? Ja, doch. Doch, aber es ist nicht komplett voll, hä? Hä? Was ist das für ein Quatsch? Zu wenig Energie, schätze ich mal. Ach so, warte mal. Ich habe noch Energie. Aber was ist denn hier mit dem Generator? Was brauchen wir da drauf? Immer noch das Rückengras. Organisch, ja. Ach so, ja, okay. Hier liegt doch Kupfer. Warum liegt das da hinten? Das ist jetzt voll. Ja, anscheinend war das ein epischer Fehl. Das ist jetzt fehlgeschlagen. Ja, aber brauchen wir Aluminium jetzt hier vor. Ah, nee, Gemisch brauchen wir für das Fahrzeug. Nee, für das Fahrzeug hier brauchen wir gar nichts. Wir müssen erst mal Forschungsstation bauen, damit wir hier dieses Transportfahrzeug bauen können. Bringt mehr als ein Rover. Da kannst du nichts transportieren. Okay. Hier hast du halt organisch, damit kannst du aufladen, Generator und so. Moment, boah. Ja, warte, das habe ich hier gesehen, hier vorne. Hier vorne gab es Harz. Harzen, wir harzen den ganzen Tag rum. So, warte denn. Wenn man es nicht braucht, ne, dann findet man nichts. Was ist das denn hier im Moment? Hä? Was ist das? Das Gemisch, habe ich schon abgebaut. Nee, dieser Berg hier. Ach, das ist ein Berg voller Gemisch, das habe ich ja noch nie gesehen. Klar, schon öfter. Ich noch gar nicht, das erste Mal jetzt. Hier ist Titan, hier ist so eine Kahütte, hier ist nur so ein Forschungsding, aber das bringt ja alles nichts, wir brauchen Harz. Das war doch hier irgendwo Harz, also. Hier, das Forschungsding kann man natürlich mitnehmen. Dann trage ich das schon mal nach Hause. Boah, wenn das nicht so lange dauern würde, ne? So ein Transporter, das wäre fett. Schmeißt du alles drauf, fährst nach Hause. Eben. Das wäre nie sehr, wirklich nie sehr, aber nein. Man muss hier alles per Hand schleppen, diese dicken, klobigen Behälter, ey. Na, komm schon, ey. Ich denke mal, wir schlafen ein, wenn wir die Dinger transportieren, ne? So, immerhin haben wir zwei Forschungsteile. So, ich gucke jetzt nochmal nach Harz. Muss es doch irgendwo geben, kann doch keiner erzählen, ne? Hier vorne. Hast du gerade auch schon gesagt. Ja, wirklich. Baue gerade ab. So. Ich habe jetzt hier ein bisschen Harz. Das krasse ist, man hat irgendwann voll die Riesenkrater überall, wenn man überall irgendwas abgebaut hat. Das ist so krass. Na ja, ja. So, ich habe jetzt vier Harzdinger. Reicht. 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 Ja, wenn wir noch mehr bauen wollen, brauchen wir natürlich mehr. Von Anfang reicht das. So. Dü, 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 dü. Jetzt, was bauen wir jetzt? Gemischt. Forschung, Forschung, Wurzeln, ne? Ja. Gemisch habe ich einmal nur. Oh, nice. Nice, dann können wir die Sachen direkt erforschen. Das lädt ja von alleine auf, ohne dass man Energie drauf tut. Das ist ja cool. Können wir trotzdem hier ein paar Solardinger drauf tun. Haben wir ja genug. Ja, einmal. Ist ja nämlich gerade Sonne hier. So, bin ich mal gespannt, was da drin ist. Upsa. Na, forschen wir mal. Das ist immer Zufall. Guck mal, das bewegt sich dann so. Ja. Ein Zufallsmechanismus. Filter haben wir erforscht. Okay. Was bringt der Filter denn? Bei mir steht ja nicht, was man erforscht. Das ist voll blöd. Vielleicht bringt der Filter irgendwie, wenn wir in diesen Höhen sind, dieses Gaswolke, Giftwolke, dass wir das irgendwie da durchlaufen können, ohne dass wir direkt abkratzen oder so. Was kommt, was denn jetzt? Das wäre nice, ja. Handelsplattform haben wir jetzt erforscht. Nice. Was ist denn das? Kann man das irgendwie im Rucksack bauen? Das weiß ich leider nicht. Wahrscheinlich irgendwo hier vielleicht. Keine Ahnung. Filter. Ich baue mir jetzt einfach einen Filter. Ich gucke mal, was das ist. Ja, bau dir mal einen Filter und wir sehen uns in der nächsten Folge von Astroneer. Astroneer.